Willkommen zurück beim Tarnkonflikt. Wir sind in Aldrin 2. Galaxiekarte, genau. Und wollten uns jetzt hier die Werften angucken und vielleicht ein paar... Warte mal, habe ich hier schon Satelliten verteilt? Ja. Aber wir brauchen noch ein paar Satelliten mehr und ich sehe da oben noch Loot. Aber nicht viel, dafür lohnt sich kein Schiff zu rechnen. Ich möchte gucken, wie sicher die Sektoren sind. Und eventuell, ob es hier mehr als nur eine Station gibt, dann kann man die nämlich ins Trading mit eintragen. Weil hier müsst ihr eigentlich einen Trailer rumfliegen. Was ist eigentlich mit meiner alteren Fabrik hier und was machst du? Achso, du stellst auch Mikrochips her. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Du wolltest die Mikrochips einsammeln. Mikrochips transferiert. Die war ursprünglich mal gedacht, um ein bisschen einfach nur zu produzieren, um Ware aus dem Spiel zu ziehen. Damit hier ein bisschen produziert wird und ein bisschen Leben in die Bude kommt. Aber dadurch, dass wir für den Hub keine Mikrochips mehr brauchen, habe ich hier halt mich lange nicht drum gekümmert. Das ist halt einfach nur, der verbraucht hier Ressourcen. Also muss ich losfahren und Ressourcen kaufen. Und ja, damit wird dann halt bei den anderen Fabriken hier mal ein bisschen was verkauft. Das war der ursprüngliche Sinn. Apropos Hach. 150.000 Siliziumscheiben. Und ich soll nach Asteroidengürtel fliegen. Das werden wir heute auch machen. Aber erstmal werde ich hier... Wir haben aufgetankt. Ja. So. Joystick-Reifen. So. Wo springen wir als erstes hin? Warte mal, wo war das jetzt genau gewesen? Eins oder zwei? Terraner, unbekannter Sektor 1. Ist der hier. Hat nun eine Schiffswerft. Alles klar. Terraner, unbekannter Sektor 1. W. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Da werde ich einen Sprungpunkt setzen. Da werde ich die Satelliten aussetzen. 50%. Ich hab die bei. 70, 80, 90, initiiere Sprung. Erreiche System. Terraner, unbekannter Sektor. 1. 1. So. Hallo Freunde. Wie geht's euch? Wo ist die Station? Und vor allem gibt's hier Loot? Prototyp Materie, Antimateriewerfer? Experimentelle Version, EM Plasmakanone? Stable Schockwellenkanone? Das ist mein Zeug. Warte, warte, warte. Anhalten. Galaxiekarte. Trantor. Trantor. So, Schiff. Du hast Energiezellen. Und bist ansonsten leer. Hornisse-Rakete. Transferiert. Eingehende Nachricht. Komm doch mal, bitte. Notsignal von 18 Milliarden. Äh? Springe für, äh, nicht Station, sondern Position. Kommando akzeptiert. Ach, Mist. Stimmt. Koppelaufträge funktionieren ja nicht mehr. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Springe in Sektor. Kommando akzeptiert. So. Ruderoptimierung. Triebwerks-Tuning. Installiert. Boost-Erweiterung. Ins Duplex-Scanner. Installiert. Handels-Computer-Erweiterung. Handels-Software. MK2. Insta-Kampf-Software. MK1. Insta-Navigations-Software. MK1. Installiert. Patrouillen-Software. Installiert. Versorgungs- So. Eingehende Nachricht. Gehe mal zur Position weg vom Tor. Kommando akzeptiert. Mal gucken. Erweiterter Satelliten habe ich und Sprungbohlen habe ich auch. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. So. Jetzt kann ich weiter fliegen. Wo ist die verdammte Werft? Da drüben ist ein anderer Tor. Nein, halt. Umgekehrt. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiere Sprung. Erreiche System. Terrane. Unbekannter Sektor. 1. Da wir gerade davon sprechen. Terrane unbekannter Sektor 1 hat nun eine Schiffswerft. Terrane unbekannter Sektor 1. Gibt es noch ein Terrane unbekannter Sektor? Nein. Also 1. Die Loot Goblins sind unterwegs. Nix. So. Ja. Ich will die Werft haben. Eingehende Nachricht. Moment. Eingehende Nachricht. Du bist in anderen 2. Okay. Warte mal bitte auf mich. Stopp. Anhalten. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. Wo sie werft. Die haben hier eine Werft versprochen. Die haben hier eine Werft versprochen. Erzählt mir jetzt nicht, dass das ein Bug ist. Ach. Notsignal von 18 Milliarden. Ich will kein Notsignal haben. Ich will die Werft. Oder ist sie hier oben an der Asteroiden? Die haben 32er Silizium. Ein 30er Silizium. Noch ein 32er. Ey, Ede. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich krall mir die unter. Unter den Nagel. Oh. Ich weiß nicht, dass ich ein bisschen schiff. Ich weiß nicht, dass ich ein bisschen schiff. Ach, da ist er. Tank mal bitte auf. Bist du. Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Springe mal bitte in Sektor. Das ist die letzte Mord, die ich hinzugefügt habe. Vielleicht liegt es daran, dass die Koppelaufträge nicht mehr gehen. Kommando akzeptiert. So. Springe mal bitte zu mir. Was mache ich mit dir? Notsignal von Aktivars Glaube. Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Wenn ich jetzt sage, docke an, springst du richtig? Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Er macht nichts. Eingehende Nachricht. Er kann aber Autodocken. Er hat ja Autosprung aktiviert. Da. Autosprung. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. Gehe mal zur Position. Da. Da. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Er landete Schiffe. Kommando. Kommando Konsole. war das sind das spezial untersuche asteroiden die frachtrahmen geschlossen nie nicht untersuche als torsieben sondern ja als reinstellen kommando akzeptiert so andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert okay so ich kenne jetzt mal hier alle asteroiden ab finde aber die ma finde aber die werft nicht du hast den geschlossen ich mache den jetzt auf docker an andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert ist auch ein koppelauftrag kann er nicht kann er nicht er kriegt hat nicht auf die reihe irgendwas mit diesem spiel funktioniert nicht ich muss jetzt alles von hand machen kommando akzeptiert eingehende nachricht so 41er 51er silizium ich werde hier eingehende nachricht andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert ich werde hier satelie silizium naviger klar nicht navigation silizium minen aufbauen und werde das zeugs dann direkt an den an den ab liefern und das ganze wenn sie millionen so also eine werft ist hier nicht sprungantrieb wird geladen zehn prozent zwanz not signal von aktivas glaube erreicher system unbekannter sektor 2 erreiche system unbekannter sektor 1 wdf was war das wollte mich verarschen auch die fliegen da durch ja sie sprechen mit dem automaten hier spricht der kapitän was vor da befinden sie sich bereits ich bin froh dass wir ihnen helfen konnten oh guck mal da ist er danke ja kein wunder dass ich die nicht gefunden habe ist das euer ernst ist das euer ernst da soll ich jetzt hinfliegen ja und da soll ich dann jedes mal hinfliegen okay zwei möglichkeiten eingehende nachricht was sagen die terana wenn ich mir jetzt die werfe an haken hänge und hier unten hinhänge oder ich baue da oben eine sprungbohle hin die 51er da will ich haben mal gucken dran nee halt hier wolkenbasis schiffswerft handel mist mist hier geht's silizimine l 1,2 millionen xl gibt es ja nicht kommando akzeptiert so gut dann ist der unterwegs der 51er da unten juckt mich eingehende nachricht kommando kommando konsole navigation dogger an andockerlaubnis erteilt kommando akzeptiert so immer noch 50 kilometer leute so ich nur sicherheitshalber abgespeichert ich trau dem spiel noch immer nicht nach den letzten zwei abstürzen ja ich würde die station gerne an den haken nehmen und hier runter zieht mir auch nicht sicher ob ich das darf da kommt der silizimine hin aber sowas von dann kann ich dann kann ich meinen versorger von drüben von aldrin holen dann bringt er hier energiezellen her ja das mache ich plünderhannes ist zu hause hör zu banschi rakete transferiert experimentelle version em plasma kanone transferiert gespenst rakete transferiert materie antimaterie gefechtskopf transferiert gut ich bin noch nicht mehr kommen reichweite sonnkraftwerk ml nur signal von aktivas glaube das teilfabrik ja sie zu mir nur m boldrix sabre rapier naja so groß ist die auswahl aber nicht was hast du mir gerade erzählt ach so wieder hat ich was ja da muss ich mich jetzt auch wieder drum kümmern so so Willst du da was? Ich mach mir den Spaß. Ähm, Spiel speichern. So. Sie sprechen mit dem automatisierten... Welcher Teufel genau richtig? Es könnte Ihnen ein paar Schwierigkeiten bereiten. Sind Sie interessiert? In drei Stunden willst du fünften... Ach, Aldrin Schiffsproduktionsbasis in Aldrin. Ein TP, danke. Sie sprechen mit dem automatisierten... Welcher Teufel reite knapp. Übermittle jetzt die Informationen. Sind Sie interessiert? Es ist nur noch ein Pilot mit einem schnellen Schiff der Passagiere. Wichtige Dokumente. Nein. Nein. So. Wie nah muss ich ran? Abgespeichert haben wir. Das ist mir jetzt am Haken. Ach nee, der fliegt ran. Aha. Ich muss noch zwei... Eingehende Nachricht. Zwei Kilometer ranfliegen, wa? Ach, das war Orkan. Das war ja gar nicht mein M2. Siliziummine gekauft. Siliziummine gekauft. Siliziummine gekauft. Danke. Kommando akzeptiert. Hat er die jetzt so? Autopilot deaktiviert. Nee. Muss ich auf zwei Kilometer ran, wa? Das ist eine blöde Idee. Das ist eine blöde Idee. Okay. Das ist eine blöde Idee. Ich bin... Natürlich ist das eine blöde Idee. Bleib mal hier, mein Freund. Ähm. Wir haben doch noch diesen anderen Zirkus. Jetzt brauche ich die Zettel, die Anleitung dafür. Komplexbau. Da ist es. Also. Ganz, ganz nah an eine bereits eingebundene Station heranfliegen. Eingehende Nachricht. Ach so. Ganz, ganz nah. Orkan 2 hat seinen Auftrag beendet. Kommando akzeptiert. Geh mal zur Seite. So. Ähm. Ich will die Station hier weg haben. Also. Ähm. Steuerung. Aktuell. Wechsle aktuelles Profil auf Komplexbau. Äh. Nein. Eingehende Nachricht. Hä? Eingehende Nachricht. Nein. Das war falsch. Hier steht der Shift R drücken. Dann ist die Station ausgewählt. Gott. Ich habe die falsche Zettel. Wir hatten doch mal einen Zettel für den Komplexbau. Gehabt. Wo drauf stand, welche Tasten ich drücken muss. Codea. X4. Energie, Puls, Kanone. Wo ist der Zettel? Rotation, Z mit Taste 3. Ja, brauche ich nicht. Ich werde wissen, wie ich anfange. V. Ich werde halt den Zettel irgendwo beiseite gelegt, wo ich ihn immer wieder finde. Komplexbau-Referenzpunkt. Achso, das waren mir die Referenzpunkte gewesen. Ja, da fehlt mir eine Station. So. Warte mal, dann machen wir doch mal ganz schnell auf die umständliche Art. Steuerung. FCC. Bewegungsschritt erhöhen. Genau. Fixieren, defixieren. Achso, komplex. Stimmt, ich musste die kleine Enter-Taste drücken. Station bewegen, plus, minus, genau. Eingabe. Da ist es. Eingehende Nachricht. Also lass mich raten, das ist nicht meine Station. Eingabe. Genau, ungültiges Ziel. Steuerung, aktuelles Profil wechseln. Da gehen wir wieder auf Standard zurück. So, da gehen wir auf unter 10 Kilometer ran. und versuchen es noch mal mit. Notsignal von grün. Autopilot aktiviert. Autopilot deaktiviert. Ich bin auf zwei Kilometer ran, wa? Der meckert mit mir. Das geht nämlich nicht bei Stationen. Ja. Geht nicht, die muss hier draußen bleiben. Weißt du was? Dann speichere ich mal schnell. Andockvorgang erfolgreich. Einem Helden der Erde und Sohls entbieten wir unser herzlichstes Willkommen. Ihre Anwesenheit hier ehrt diese Station. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja, Held hin oder her. Der Held will die Station näher dran haben. So. Ja, dann versuche ich es jetzt mit der Sprungboje. Dann fliege ich jetzt hier zwei, drei Kilometer weg und mache dann hier eine Sprungboje hin. Mit dem Ergebnis, dass mein Versorger, der dann nachher hier hinten die Astero- äh, die Siliziumine versorgen will, immer hierher springt und zu Fuß geht. Hahaha. Ich kenne euch Helden doch. Schiffswerft. Oh, ich bin jetzt schon 13 Kilometer davon weg. Sprungboje, ausgeworfen. Sprungboje. Jetzt ist sie 30 Kilometer entfernt. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Hahaha. Na gut. Hm. 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 Erstens. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. Okay, der ist brauchbar. Zweitens. Orca. Spezial. Station aufbauen. Siliziumine. Ist der 51 immer noch der Beste? Ja. Silizium. 51%. Kommando akzeptiert. Danke. So. Zweitens. Siliziumine. Siliziumine. 42er. Ja, 42er. Das Beste. Ich warte, bis der zu Ende gescroll, äh, gedingst hat. Erkundet hat. Vielleicht kommt noch was besseres, aber die 42er nehme ich mit. Kommando akzeptiert. Der kann ja hier nur noch eine Weile rumgammeln. Stört mich ja nicht. So. Hm. Drittens. Ich brauche ein Schiff. Wir haben hier... Energieproduktionsbasis. Da. Dann kaufst du hier Energiezellen. Der ist ja schon unterwegs. Da. Ach, der ist ein WLS. Du bist ein Einkäufer. Der kann nicht mehr ihre Station übernehmen. Der ist nur der Einkäufer für seine eigene Station, wa? Gut. Dann nehme ich einen anderen. Habe ich an Heirons Nebel noch jemand rumhängen? Was bist du für eine? Merkur. Warum in Merkur? Mit 7000 Einheiten. Notsignal von Argon Prime. 77 Meter die Sekunde. Da sind aber meine Mistrale schneller, oder? Weißt du was? Ich nehme den. Der kann springen. Der holt deine Energiezellen von woanders. Ja. Also. Folgendes. Da ist niemand drinnen. Notsignal von breiter Graben. Wen haben wir denn hier? Ein Fernkaufmann. Ulla. So. Ähm. Mistral Superfrachter. Du bist jetzt mein, äh. Versorger. So. Dein Job wird es sein. Kommando Konsole. Heimatbasis. Ist auch Farnhems. Genau. Kommando. Kommando Konsole. Handeln. Starte in Wirtschafts- und Versorgungshändler. Produktliste. Warte. Aufgabe. Händler. Nee, halt. Ich mache jetzt was falsch. Ich mache jetzt was falsch. Galaxie Karte. Herr und Nebel. Ich mache jetzt schon wieder was falsch. Kommando. Kommando Konsole. Handel. Du machst interne Warenlogistik. Genau. Und zwar machst du jetzt nach. Halt. Nein, nicht Produktliste und Verbraucher. Doch. Produkt hinzufügen. Energiezellen. Verbraucherpreis. Äh. Manuelle Eingabe. Null. So. Produzenten und Verbraucher. Verbraucher hinzufügen. Jetzt sind wir richtig. Ich glaube, über alteren Suchen ging schneller. Verbraucher. Nein, das ist kein Verbraucher. Das sind meine Verbraucher. Produzenten. Äh. Antigone. Ressourcenproduktion hinzufügen. Kann ich eigene Produzenten machen? Weißt du was? Dann holst du dir noch aus Trantor Energiezellen. So. Genau. Piloteneinstellungen. Lehrgangsteilnahme. Stationskonto. Nein, du nimmst Gesamtkonto. Eingehende Nachricht. Produktliste haben wir. Produzenten haben wir. Versorgungsbedingungen haben wir. Da brauchen wir nichts machen. Sprungantrieb. Ja. Sprungenergievorrat 1500. Mindestsprunggefreite. Notsprung. Ja. Maximale Schilde für Notsprung. Ja. Spezielle Ausrüstung. Übernehmen. Automatische Benennung ist die 4. Gut. Stand dir nicht mal was von Landekomputer? Bist du überhaupt ausgerüstet? Sprungantrieb hat da drinne? Laderauber? Ach, der hat gar keinen anderen Computer drinne. Den kannst du dir besorgen. Dann bekommst du noch einen Navigator? Brauchst du eigentlich nicht. Notsignal von grüne Schuppe. Der hat Energiezellen. Und der hat Schilde drinne. Waffen haben wir gesagt. Kriegt der nicht, damit er abhaut. Ähm, habe ich hier... Notsignal von Argon Prime. Das sind Moskitos. Hey. Warenaustausch mit... Pilotenlager. Moskitos. Moskito-Rakete. Transferiert. Notsignal von breiter Graben. Kommandokonsole? Ähm. Hä? Äh, mir fehlt die... Mir fehlt die Kampfsoftware. Ohne Kampfsoftware keine Moskitos. Undock-Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ja, klar wartet jetzt ein Pirat auf dem Weg dorthin. So. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau. Au, wir sind ja schon mal 41 Minuten. Shit. Okay. Ich werde diesen Satelliten hier nehmen. Und näher an die Station ziehen. Das mache ich aber offscreen. Weil, äh... Schaut mal auf den Wecker. Zeit völlig vergessen. Ein zum Glückes Wochenende. Ich sage von hier aus, danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt den Tag. Und vor allem... See you later.